Sprengstoff! Sprengstoff! Versteht uns schnell! Hier! Wir drücken, das Signal geht per Funk da ran und alles da drin macht Brrrr! Tschüss ihr Hasen! Hasen? Hallo? Hasen? Thomas? Ja? Was machst du so spät noch im Garten? Ich pflücke Feldblumen. Die sind für dich. Er ist auferstanden. Mit einem Licht auf dem Kopf. Er mutiert. Was machst du denn da im Garten? Machen? Ja, da am Baum. Machen kann so vieles bedeuten. Ich meine, ich hab... Wartest du bitte, das ist... Ich hab... Das ist furchtbar hell. Wirklich? Lenkt es dich von der Frage ab, die du mir gestellt hast? Besser nach unten. Hoch, hoch. Es ist sehr grell. Und jetzt kommen wir zum Finale. Weißt du wirklich, was du da tust? Was? Wir versuchen unseren Garten zurück zu bekommen. Geht es wirklich nur darum? Klar geht's nur darum. Oder glaubst du, ich habe irgendeinen Hintergedanken, dass es zwischen ihr und mir eine emotionale Verbindung gibt, weil ich Mutter und Vater verloren hab und mir denke, wenn sie weg ist, was bleibt mir dann noch? Es geht nur um den Garten und ich hab keine Ahnung, was mir bei der Stimme los ist. Die... die sollte nicht so hoch sein. Die sollte tiefer sein. Die sollte tiefer sein. Die sollte tiefer sein. Es geht nur um den Garten. Ja, geht es. Ich hänge fest. Meine Stimme hängt fest. Wuschel, Puschel, würdest du... Danke. Legen wir los. Schön, dich zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich da noch mitmachen will. Ach, natürlich willst du das. Tu einfach, was ich sage. Das klappt schon. Wie immer, hä? Sagt der Hase, der beinahe in den Fluss geworfen wurde. Vertrau mir. Das geht gut. Papa 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 Hallo? Achtung. Zielen. Halten. Halten. Thomas! Feuer! Guten Morgen! Ein kleines Mittagessen später. Ja, es klingt wunderbar. Ich dachte, ich mach uns einen Salat. Oh ja. Oder vielleicht Suppe? Was wäre dir lieber? Au, löst mich nach der Suppe. Möchtest du stilles Wasser? Oder Sprudelwasser? Oder einfach irgendeins fichte. Guck dich an, du machst deine Yoga-Stellung. Arme nach oben. Ja, was? Arme oben. Wirke oben? Ja, schön nach oben. Du weißt, wo du hinziehen musst. Na gut. Du siehst sehr entspannt aus. So entspannt. Ich geh'n bisschen malen. Bombeeren. Bombeeren. Der ist doch allergisch gegen... Ah. Sehr schlau. Feuer! Zielt auf den Mund. Ich mach mir Musik an. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Geh schon rein und schaffe kurz. Bin blank. Flopsy, stell dir sein Gesicht vor. Jetzt guck meins an. Jetzt verwandelst seins in meins. Jetzt nicht mehr meins angucken, guck seins an, aber sie meins feuern! Ja, Flopsy auch. Das sollte reichen. Was? Sag mal, hat der Typ etwa magische Kräfte? Was? Ingolier. Du bist gnädig.